Ein nur einem einzigen Tag einen Werbetext entwickeln, der sofort verkauft und das auch noch von Menschen, die in ihrer täglichen Praxis überhaupt gar nichts mit Verkaufstexten zu tun haben. Ist das überhaupt möglich? Klingt das verrückt? Ich sage nein, nein, das klingt überhaupt nicht verrückt und ja, natürlich, es ist möglich. Mein Name ist Mario Burgert, ich bin Internetunternehmer und Werbetexter und ich kann dir dazu verhelfen, Spitzenverkäufe im Internet zu erzielen. Naja, wie funktioniert das denn mit dieser Geschichte, von der ich gerade gesprochen habe? Ist ganz einfach. Ich wende in meinem Power Workshop Verkaufstexten für Online-Marketing eine Methode an, wie sie in großen oder wie sie in Werbeagenturen benutzt wird, um innerhalb kürzester Zeit einen Werbetext zu entwickeln. Und zwar sitzen dort zwölf Menschen an einem Tisch oder weniger oder mehr. Ich habe jetzt die Zahl auf zwölf begrenzt, angeleitet von einem sogenannten Cheftexter und dann wird mit einer speziellen Vorgehensweise innerhalb kürzester Zeit jedes Element des Verkaufstextes entwickelt oder des Werbetextes natürlich entwickelt. So, und diese Methode, die habe ich übernommen und mir etwas abgeschaut und auf die speziellen Gegebenheiten angepasst, dass dort Menschen sitzen im Power Workshop Verkaufstexten für Online-Marketing, die keine geübten Texter sind. Jetzt kannst du natürlich das Argument bringen, hey, in Werbeagenturen sitzen alles Profis. Das stimmt überhaupt nicht. In aller Regel sitzen dort Jungtexter und Werbetexter sind ebenfalls in aller Regel Quereinsteiger, ohne direkte Ausbildung. Und in diesen Werbeagenturen sitzen dann in aller Regel an dem Tisch Jungtexter, angeleitet von einem Cheftexter. Im Grunde genommen also gar nichts anderes als das, was im Power Workshop Verkaufstexten für Online-Marketing geschieht. Und natürlich wird das alles nicht an einem einzigen Tag erarbeitet. Die Teilnehmer, die meinen Power Workshop buchen, die bekommen völlig kostenlos als Bonus dazu mein E-Book 15 fesselnde Meistertechniken aus den Verkaufstexten. Das ist ein Workbook, ein Arbeitsbuch, um einen Text zu bearbeiten und zu verfeinern. Und dazu gibt es, also zu diesem E-Book, gibt es dazu eine ganze Menge Videoanleitungen zur Vorbereitung. Und natürlich bekommen alle Teilnehmer, die dann meinen Workshop besuchen, eine kleine Aufgabe, die sie vor dem Besuch erfüllen müssen und dann alles mitbringen müssen. Und wir erarbeiten dann in diesen 8-Stunden-Power-Workshop einfach das gesamte Grundrezept und Grundgerüst für einen Werbetext, der anschließend sofort verkaufsfertig einsetzbar ist. Und das funktioniert einfach in einem 8-Stufen-Modell. 8-Stufen für 8-Stunden-Workshop. In jeder Stunde wird ein Element mit einer speziellen Vorgehensweise durchgeführt, bearbeitet und verfeinert. Und dieses Konzept nenne ich einfach The Game, das Spiel. Denn wir werden das spielerisch machen und auf diesem Weg sehr schnell und mit hoher Energie einen wunderbaren Werbetext entwickeln. Dabei lernt jeder Teilnehmer natürlich, wie diese Konzepte und wie die einzelnen Elemente aus einem Verkaufstext angewendet werden. Und so lernt jeder praktisch die Fähigkeiten, um das beim nächsten Mal für sich nochmal neu durchzuführen. Denn das Ziel der Teilnehmer in aller Regel, das heißt, wenn du ein Interessent bist, dann möchtest du Online-Einnahmen erwirtschaften. Und das geht ausschließlich, indem du natürlich online etwas verkaufst, Produkte oder Dienstleistungen als Affiliate oder dein eigenes E-Book verkaufen möchtest. Alles Weitere zum Power Workshop Verkaufstexten für Online-Marketing erfährst du in meinem Angebotstext. Und der Link dazu, der ist unter dem Video. Klicke den Link jetzt und sieh es dir an. Bis dahin.